Die Druckluftreinigungspistole ist ideal geeignet zum Reinigen von Sitzen, von Polstern, von Türverkleidungen, von Lüftungsschlitzen, Fußmatten, Teppichen und so weiter. Es ist möglich sowohl mit Reinigungsflüssigkeit als auch ohne zu arbeiten. Wenn ich mit Reinigungsflüssigkeit arbeite, einfach das Ventil hier öffnen, wobei man dazu sagen muss, dass der Bedarf an Flüssigkeit sehr, sehr gering ist, weil das Geheimnis eigentlich hier vorne in der Düse liegt. Innerhalb der Düse befindet sich ein Röhrchen. Dieses Röhrchen, angetrieben durch den Luftstrom, rotiert und erzeugt dadurch eine Art Wirbelstrom und zieht darüber den ganzen Schmutz und die ganzen Verdreckungen aus den Bauteilen heraus. Die Benutzung der Druckluftreinigungspistole ist auch in unterschiedlichen Winkeln möglich, da einmal der Druckluftanschluss 360 Grad drehbar gelagert ist und auch der Flüssigkeitsansaug im Inneren mit einem Gewicht versehen ist. Somit befindet sich der Schlauch immer dort, wo sich auch die Flüssigkeit befindet. Je nach verwendetem Reiniger sollte die Druckluftpistole nach Benutzung gereinigt werden. Einfach mit klarem Wasser durchspülen und sollte im Vorratsbehälter noch Flüssigkeit zurückbleiben, kann man über den mitgelieferten Deckel den Vorratsbehälter verschließen.